Hier kommt Skander. Skander und der Zorn der Einhörner. Dieses Buch hat mich total mitgenommen. Ich habe noch lange, lange nicht so eine Geschichte gelesen, die so actionreich ist und mit Einhörnern zu tun hat, aber fast ausschließlich für Jungs zu lesen. Es ist so großartig. Es geht um Skander. Skander lebt mit seiner Schwester Kenna und dem gemeinsamen Vater in einer Hochhaussiedlung und dem Vater scheint es nicht wirklich gut zu gehen. Also der hat, verkriecht sich sehr, die Mutter ist irgendwann verschwunden, man weiß nicht so richtig wohin und Skander ist jetzt 13 und mit 13 muss man eine Prüfung ablegen und danach hat man die Möglichkeit, auf die Einhorninsel gerufen zu werden und dort an der Brutkammer, an der Tür der Brutkammer ein Einhornei in Empfang zu nehmen. Und wenn ein Ei schlüpft und es sich einen Reiter ausgesucht hat, dann wird dieser Reiter ausgebildet auf dem Einhorn und das werden dann keine wilden Einhörner. Es gibt allerdings noch sehr, sehr viele wilde Einhörner und diese wilden Einhörner sind so magisch und so unglaublich aggressiv und böse, das kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen. Und deswegen ist es total wichtig, dass die Reiter oder dass die Einhörner ihre bestimmten Reiter finden. Und Skander darf gar nicht an der Prüfung teilnehmen, er wird einfach des Raumes verwiesen und sagt, du sollst nach Hause gehen, er darf gar nicht daran teilnehmen und er ist völlig vor den Kopf gestoßen, weint, er weiß überhaupt gar nicht, was jetzt los ist, warum das nun ausgerechnet ihm passiert. Er hat doch so darauf gehofft, das war sein großer Traum, mit 13 endlich an diese Brutkammer zu kommen. Aber in der Nacht taucht doch eine Reiterin auf und er wird abgeholt und er kommt auf die Einhorninsel und dann geht das Abenteuer erst richtig los. Viel Spaß damit!